Nummer 4 Dieses Augenmassagegerät lindert Ermüdungserscheinungen der Augen, indem es die Shiatsu-Massagetechnik gezielt für die Augen- und Schläfenpartie einsetzt. Sie wurde entwickelt, um die Muskeln rund um die Augenpartie zu massieren und ist äußerst wirksam bei der Beseitigung von Augenschwellungen, trockenen Augen, Druck in den Nebenhöhlen und Kopfschmerzen. Das Massagegerät verfügt über integrierte Heizkissen, die für eine angenehme Temperatur sorgen, ausgezeichnete Stimulierung der Blutzirkulation um die Augen, Verbesserung der Augenringe und der Schlafqualität. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Augenmassagegerät mit integrierten Heizkissen, die für eine angenehme Temperatur sorgen. Die Verwendung dieses Geräts wird nicht empfohlen für Personen, die sich einer Augenoperation unterzogen haben, für Personen mit Netzhauterkrankungen, Katarakten oder Glaukomen. Ausgestattet mit einer Fernbedienung, mit der Sie den Modus und den Betrieb nach Ihren Bedürfnissen einstellen können. Das Augenmassagegerät hilft Ihnen effektiv, sich nach einem langen Arbeits- oder Studientag ausgeruht zu fühlen. Ideal für Entspannung und Schlaf. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2 Augenmassagegerät mit ergonomischem Design, das zu jedem Gesicht passt. Vollständig tragbar und kabellos. Dieses Gerät bietet 4 Massage-Modi. Zwei eingebaute Lautsprecher sorgen für eine entspannende musikalische Massage mit Ihren Lieblings-Sons. Das Massagegerät verfügt über einen internen Speicher zum Speichern von Songs im MP3-Format. Elegant und einfach zu bedienen. Ein Reise-Etui ist im Paket enthalten. Zwei Jahre Garantie. Geschenk-Idee für Liebhaber der Entspannung. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1 Dieses Massagegerät wirkt gegen visuelle Müdigkeit, körperlichen Stress und geistige Anspannung. Es verfügt über eine Lithium-Batterie zum schnellen Aufladen. Das Massagegerät sorgt für eine gute Durchblutung der Augen durch Infrarot-Wärmediffusionstechnologie und intelligenten pneumatischen Druck, wodurch die Augen von Schmerzen befreit und Augenringe reduziert werden. Es verfügt über drei Massage-Modi, die mit einer Taste umgeschaltet werden können. Es verfügt über einen LCD-Bildschirm, der den Modus und die Dauer der Massage anzeigt. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017